BR 2018 Halt ihn ganz ruhig, Heppo So, fertig Ein viereckiger Stahlrahmen, an dem wir den Fernseher aufhängen Und was kommt als nächstes, Leo? Hm, lass mich nachsehen Juhu, Heppo Du ahnst nicht, was passiert ist Ich hatte gerade eine super duper Idee Wir hängen Banner auf für die Sportis Hochhausen Und mich, aber dazu brauchen wir deine Hilfe Oh, ich helfe natürlich sofort Wunderbar, dann bitte hier entlang Gut, Heppo, als nächstes müssen wir an der Rückseite vom Rahmen ein, zwei Stützen anbringen Äh, Heppo? Wo ist der hin? Also gut, dann werde ich die Rahmenstützen eben allein bauen, was soll's Wow, der ist ja wirklich groß Ob die Fernbedienung auch so groß ist? Genau genommen hat dieser Fernseher keine Fernbedienung Mein Tablet wird ein Signal empfangen und es zum Fernseher senden Und dann schauen wir das Quiz auf dem Bildschirm Wow Hier, ich zeig's euch Hast du wieder dein Passwort vergessen, hä? Das kennt doch jeder Ja, Baumeister Nummer eins Oho, Bob So, alle Banner sind aufgehängt Schlagt ein, Leute Oh, äh, ja, ähm, schlag ein Danke, Frau Bürgermeisterin Ich find's echt cool, dass sie an die Banner gedacht haben Cool? Was, ich? Wie wär's dann Wie wär's damit noch eine super duper Idee? Was haltet ihr von einer Popcorn-Maschine? Ich ruf Fritti an, dann kannst du sie gleich abholen, Heppo Klaro Oh, das heißt, du hilfst uns? Na ja, äh, bei Leo scheint alles zu laufen Also klar, ich werde euch helfen, natürlich Los, Heppo! Oh, Heppo, gut, dass du kommst Ich hab Probleme damit, den Rahmen gerade zu halten Dann muss ich das eben ohne Hilfe schaffen Bis jetzt war ich gar nicht so schlecht, find ich Geschafft, die dritte Bodenplatte der Brücke ist festgeschraubt Das sieht gut aus, Wendy Okay, Leo, du kannst jetzt loslegen und das Seil befestigen Schon dabei, Bob Gut gemacht, Leo Das Seil unterstützt jetzt den Brückenpfeiler Danke, Heppo Du kannst loslassen Soll ich jetzt die vierte Bodenplatte holen? Ja, bitte, Heppo Und kannst du mal gucken, wo Buggy steckt? Er wollte noch weitere Seile vorbeibringen Klaro Buddy Was machst du denn hier? Oh, hallo, Heppo Ähm, ich guck mir nur das Wasser an Leo will mir Angst einjagen mit Geschichten von so einem Fisch hier im Fluss Aber Fische leben nun mal in Flüssen Vielleicht auf dem Land, aber doch nicht in einem Fluss mitten in einer Stadt wie Hochhausen Ich glaub nicht, dass Leo sich das ausdenkt Naja, sobald ich Bob das Seil gebracht hab, werf ich noch mal einen Blick drauf Nur um sicher zu gehen Oh Jetzt kommen noch mehr Seile zu euch rauf Ich hab das nächste Stück für den Brückenboden mitgebracht Danke, Heppo Legst du das bitte am Ende der Brücke ab? Okay Heppo, könntest du kurz hier aufpassen? Leo, Bob und ich wollen einen Schluck Wasser trinken Natürlich, Wendy Kein Problem Danke dir Hey, Heppo, hier ist kein Fisch zu sehen Fahr nicht zu dicht ans Wasser, hörst du? Ich hab doch keine Angst vor Wasser Guck Oh, schönes Wasser, oh toll Was ist denn? Ich glaub, da ist was in meiner Baggerschaufel Das ist ein Fisch Leo hat also doch recht gehabt Ein Riesenfisch mit einem super großen Maul Voller hässlicher Zähne und Stacheln auf dem Rücken Naja, ich will dir keine Angst einjagen Aber es stimmt Hilfe, Heppo, nimm ihn raus Ich denke, wir kriegen die Brücke rechtzeitig zum Lauf fertig, oder? Und wer denkst du gewinnt? Keine Ahnung, aber Sarah Zappel gewinnt fast immer Kommt schon, lasst uns weitermachen Ohne Brücke gibt es schließlich auch keine Ziellinie Hilfe, Hilfe, Hilfe Holt den Fisch raus Der hüpft in meiner Schaufel herum Pass auf, Buggy Fahr langsamer Okay, der erste Spanngurt sitzt fest Jetzt fehlt nur noch der zweite Ich glaub es nicht Der flotte Fred führt schon wieder Okay, Team Help Leo Wir brauchen jetzt die Schüssel Äh, Leo? Bob ruft uns gerade Was? Oh, äh, Sekunde So, schon geschafft Ha, jetzt bin ich wieder an der Spitze Hm Hallo, Leo? Ja, Bob Die Schüssel ist gleich bei euch Danke, Leo Heb sie ein bisschen hoch, Heppo Das ist super Jetzt fahr deinen Kran aus Okay Noch ein Stück höher Äh Das fühlt sich komisch an, Leo Soll ich weitermachen? Ja Tja Wenn du das sagst, gut Oh nein Vorsicht, Leo Sie rollt weg Komm zurück, Schüssel Es geht doch nichts über einen leckeren Fruchtshake von Fritti und einen ruhigen Spaziergang am Fluss Vorsicht Naja, wenigstens hab ich meinen Fruchtshake nicht Ah Entschuldigung Verschüttet Dehnübungen sind ganz wichtig Damit werden nämlich die Muskeln entspannt Oh Oh Sieht echt super aus, Herr Brauer Ich wusste nicht, dass Sie so tolle Bilder machen können Weißt du, ich gebe Unterricht in Abendkursen und Pass auf Oh nein Oh Nein Sie rollt auf die Bühne zu Nein Oh nein Oh Wie konnte das passieren? Wieso hast du nicht besser aufgepasst, Heppo? Äh Das war nicht Heppos Schuld Ich hab die Schüssel nicht richtig festgemacht, weil ich Fang den Fisch gespielt habe Ich hab Team Heppleo hängen lassen Es tut mir so leid Unsere Bühne ist kaputt und unser tolles Plakat ist zerrissen Und meine Sprühfarben sind leider auch leer Und da die Schüssel im Fluss gelandet ist, werden die Sportis Hochhausen nicht in den Nachrichten zu sehen sein Vielleicht kann ich die Schüssel mit meinen echten Angelkünsten retten Team Heppleo zieht diesmal an einem Strang und dann heißt's Fang die Schüssel Das ist echt eine tolle Idee, Leo Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Oh nein Nicht noch mehr Geräusche? Wer Wer ist da? Okay Niemand Nur ich Und der Geist Ich hab keine Angst Ich hab keine Angst Ich hab keine Angst Hab ich doch Hab ich doch Hab ich doch Hab ich doch Wenn das nicht reicht, um Bob zu erschrecken, dann weiß ich auch nicht Hey, Bob Wieso versuchst du's nicht an dieser Stelle nochmal? Aha Oh Was hab ich denn hier gefunden? Ein Schokoladenapfel Noch etwas Süßes Wow Ich versteh das nicht Die Spinne sollte eigentlich... Dieser Eingang wird echt cool Bob, Wendy, euer Geist ist hier Ihr müsst euch nicht bedanken Oh je, oh je Was ist das? Es sieht aus wie ein Geist Was ist denn hier los? Es ist der Geist Es ist der Geist Oh nein Was hab ich getan? Der Geist kommt! Ihr müsst zurückfahren Jetzt! Oh nein Wie kriegen wir den nur wieder? Das ist alles meine Schuld Ich hab eine Idee Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft Ich bin der Geist Bist du bereit, Wendy? Heppo, bitte vorsichtig runterlassen Okay Und absenken Nein, 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 nein Ich hab doch gesagt, ihr sollt die Pferde nicht erschrecken Oh, tut mir leid, hab ich vergessen Das ist eine Rennstrecke Kein Rodeo Hm? Ah Der letzte Stapel Strohbein und schon sind wir fertig Was ist das denn? Bob, Wendy, passt auf! Das war wohl nicht so gedacht, nehme ich mal an Wo sind meine Rennpferde? Äh, die sind da lang galoppiert Oh nein, sie laufen auf die Rennstrecke zu Die fang ich doch nie wieder ein Ich weiß, wie wir sie einfangen können Wendy, Leo, ihr schließt die Koppeltoren Buggy, du kommst mit mir Auf geht's, Kumpel Denen schneiden wir den Weg ab Hä? Weißt du was, Bob? Jetzt fängst du auch schon an, so'n Quatsch zu reden wie Leo Entschuldige Wir treiben sie nur in die Lücke vor den Zaun dort Aber Bob, wie soll ich denn bloß die Rennpferde einholen? Die sind doch ganz besonders schnell und darum auch besonders schwer einzufangen Wir werden nicht so schnell sein wie sie Wir machen es auf unsere Weise Erinnerst du dich? Sie sind sehr schreckhaft und haben große Angst vor Maschinengeräuschen Oh ja Halt an, Buggy Und warte auf mein Signal Jetzt! Los geht's! Gute Arbeit, Kumpel Das war super laut und super großartig Weißt du was, Bob? Ich glaube, das könnte ich noch viel öfter machen Da kommen sie Bereit, Leo? Das ist deine Chance, ein richtiger Cowboy zu werden Einer der Pferde einfängt Äh, ja, ähm Die rasen im schnellsten Gang Keine Sorge, ich bin mit Pferden groß geworden Ich sag euch, was zu tun ist Heppo, fahr deinen Kranarm aus, soweit du kannst Und auch so schnell du kannst Wir errichten jetzt ein Hindernis und leiten sie um auf ihre Koppel Oh Mann Das geht einfach nicht schnell genug Das klappt nicht, wir haben nicht genug Zeit Oh Oh Wow Kommt und lernt uns alle kennen Als Team sind wir der Hit Wir haben immer viel zu tun Doch jeder hilft dir mit Jeder ruft jetzt laut Schlagt ein Jeder klatscht im Takt Die besten Freunde helfen gern Wir geben, was wir können Wir sind ein Team, 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 Team Jeder ruft ganz laut Schlagt ein Halt ihn ganz ruhig, Heppo So Fertig Ein viereckiger Stahlrahmen, an dem wir den Fernseher aufhängen Und was kommt als nächstes, Leo? Lass mich nachsehen Juhu, Heppo Du ahnst nicht, was passiert ist Ich hatte gerade eine super duper Idee Wir hängen Banner auf für die Sportis Hochhausen und mich Aber dazu brauchen wir deine Hilfe Oh, ich helfe natürlich sofort Wunderbar, dann bitte hier entlang Gut, Heppo Als nächstes müssen wir an der Rückseite vom Rahmen ein, zwei Stützen anbringen Äh, Heppo? Wo ist der hin? Also gut Dann werde ich die Rahmenstützen eben allein bauen Was soll's Wow Der ist ja wirklich groß Ob die Fernbedienung auch so groß ist? Genau genommen hat dieser Fernseher keine Fernbedienung Mein Tablet wird ein Signal empfangen und es zum Fernseher senden Und dann schauen wir das Quiz auf dem Bildschirm Wow Hier, ich zeig's euch Hast du wieder dein Passwort vergessen, hä? Das kennt doch jeder Ja, Baumeister Nummer 1 Oh, Bob So, alle Banner sind aufgehängt Schlagt ein, Leute Oh, äh, ja, ähm, schlag ein Danke, Frau Bürgermeisterin Ich find's echt cool, dass sie an die Banner gedacht haben Cool? Was, ich? Wie wär's dann Wie wär's damit noch eine super duper Idee? Was haltet ihr von einer Popcorn-Maschine? Ich ruf Fritti an, dann kannst du sie gleich abholen, Heppo Klaro Oh, das heißt, du hilfst uns? Naja, äh Bei Leo scheint alles zu laufen Also klar, ich werde euch helfen, natürlich Los, Heppo Oh, Heppo Gut, dass du kommst Ich hab Probleme damit, den Rahmen gerade zu halten Dann muss ich das eben ohne Hilfe schaffen Bis jetzt war ich gar nicht so schlecht, finde ich Leo? Ja, und ich mach das sogar tanzen Oh, du kannst das rückwärts und vorwärts Diesen Tanz nennt man Moonwalk Toll, den versuch ich auch Du fährst ja nur rückwärts, Buggy Oh, da hast du wohl recht Bringst du mir einen anderen Tanz bei Leo? Die Bürgermeisterin hat gesagt, wenn man zählen kann, kann man auch tanzen Ach, du musst im Rhythmus zählen, Buddel Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Hab's verstanden Ich auch Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Eins, zwei, zwei Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Eins, zwei Oh nein, das kann ich gar nicht Aber ich wette, du kannst das hier, Heppo Entschuldige Juhu, ich tanze Oh, ich glaube, ich habe die falsche Figur zum Tanzen. Ach, so ein Quatsch. Jeder tanzt so, wie er tanzen will. Es geht nur darum, wie du dich fühlst und nicht, wie du dabei aussiehst. Komm jetzt, wir laden ab. Wir legen eine Schicht Gummipolster auf diese Latten hier. Und dann kommt eine weitere Lage Latten im rechten Winkel obendrauf. Wie Vierecke? Gut, Leo. Danach wird die letzte Lage Latten wieder im rechten Winkel aufgelegt. Das ist ein Muster, wie bei einem Gitter. So, das ist 35 Meter lang. Was ist denn das? Das ist eine Disco-Kugel, die kommt über die Tanzfläche. Wenn sie sich dreht, spiegeln sich die Lichter darauf wieder. Siehst du? Oh, das ist ja wunderschön. Darunter würde ich sehr gern tanzen, Wendy. Wenn wir nicht bald weitermachen, tanzt heute Abend niemand darunter. Also los. Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut. Schlag ein. Wo ist Simon? Wir wollen einen Autogramm. Und wir wollen ihm unseren Tanz vorführen. Er ist nicht hier. Ist nicht schlimm. Sportis Hochhausen, auf zum Training. Oh. Mach dir nichts draus, Antrum. Ich kann auch nicht tanzen. Jeder kann tanzen, Heppo. Du musst nur deinen eigenen Stil finden. Kommt mit. Wir gucken uns die Tanzfläche an. Hier lang. Ich tanze. Ich kann doch tanzen. Ich kann's. Äh, Bob? Warum nennt man es eigentlich Naturkundemuseum? Tja, Buddel. Weil es eine Sammlung von Dingen ist, die du nur in der Natur findest. Wie Tiere. Und Blumen. Einige stammen aus früheren Zeiten. Wie Dinosaurier. Dinosaurier. Ich liebe Dinosaurier. Ja, deshalb sind die Türen auch so hoch. Damit wir das Dinosaurier-Skelett hineinbekommen. Ein Dinosaurier-Skelett? Oh, cool. Herr Brauer hat alles genau abgemessen. Das Skelett müsste ohne Probleme hier durchpassen. Oh, ich kann's nicht erwarten. Okay, Heppo. Dann setzen wir jetzt die Türen ein. Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft hier mit. Jeder ruft jetzt laut. Schlagt ein. Jeder klatscht im Takt. Jeder ruft jetzt laut. Schlagt ein. Jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern. Wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft jetzt laut. Schlagt ein. Die Türgriffe. Wie bitte? Die Türgriffe. Ich hab die Türgriffe in der Werkstatt vergessen. Ich muss zurück und sie holen. Kein Problem. Du hast genug Zeit. Wir sind fast fertig. Du hast recht. Buddel kann mich hinfahren. Du machst hier weiter. Und wenn du wieder da bist, Bob, sind wir mit allem fertig. Sehr gut. Ich bin bald zurück. Ein echtes Dinosaurier-Skelett. Ich kann's nicht erwarten. Es dauert nur eine Minute. Türknäufe, Türklopfer, Türschilder. Ah, Türgriffe. Hä? Was ist da los? Oh, das mag ich nicht. Da wird mir schwindelig. Oskar, hör auf damit. Ich weiß nicht, was du hier machst, Oskar. Aber ich hab keine Zeit, dich nach Hause zu bringen. Was willst du jetzt machen? Du kannst die nicht mit Kuschel hier lassen. Dann muss er wohl mit uns zum Museum kommen. Dort liefere ich die Türgriffe ab. Und dann bringe ich ihn nach Hause. Das wär's. Damit ist die Giraffe in ihrem neuen Zuhause sicher. Heppo muss nur noch die letzten Steine rüberheben, Leo. Wo soll ich diese Blätter abladen, Bob? Das ist das Futter für die Giraffe. Bring es einfach rüber zur Aussichtsplattform. Aha. Kannst du bitte die letzten Steine rüberheben, Heppo? Okay, Leo. Hier kommen sie. Sieh mal, Heppo. Da ist die Giraffe. Sie ist da. Willkommen im Bauheimer Zoo, liebe Giraffe. Oh, ich kann sie nicht sehen. Und ich kann mich nicht bewegen, weil ich beladen bin. Warte hier, Heppo. Ich helfe den anderen, die Giraffe ins Gehege zu lassen. Aber Leo, sie ist so groß. Oh nein. Ich will sie auch sehen. Sie ist unglaublich. Es muss doch ein Loch geben. Vielleicht, wenn ich nah genug rankomme. Wenn ich doch nur durchgucken könnte. Oh. Oh. Hallo. Was machst du denn? Es tut mir wirklich leid, Bob. Ich wollte doch nur die Giraffe sehen. Durch den Krach hat die Giraffe Angst gekriegt. Sie ist weggelaufen in den Zoo. Oh je. Ich hab alles kaputt gemacht. Und meinetwegen ist die Giraffe weggelaufen. Keine Sorge, Heppo. Ich bin sicher, das kriegen wir schon wieder hin. Wendy und Leo, könnt ihr den Zaun und die Aussichtsplattform reparieren? Und Buggy, hilfst du ihnen? Okay, Bob. Und wir anderen teilen uns auf und suchen die Giraffe. Okay, Bob. Okay, Bob. Okay, Bob. Der Baum ist ja riesig. Der Boden sieht aus wie eine Eisfläche. Das wird dieses Jahr unglaublich toll. Hallo, Heppo. Gehört das Geschenk auch zum Weihnachtsschmuck? Nein, Sophie. Das ist für Bob. Ich kann's kaum abwarten, es ihm zu geben. Ich wünsche euch allen fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Hör zu, Heppo. Bob und Leo bereiten die Schneemaschinen vor. Hilfst du mir, die Lichterketten anzubringen? Aber gern. Ähm, ich muss nur noch zuerst das Geschenk abladen. Habt ihr das gehört? Es gibt Schneemaschinen. Warten. Ich glaube, hier ist Bobs Geschenk sicher. Weit weg von den anderen Sachen. Am besten lassen wir die Geschenke hier. Später legen wir sie hübsch um den Weihnachtsbaum herum. Okay, Buggy. Wie kommst du voran, Leo? Du hast gesagt, ich soll den Schnee vorbereiten. Aber ich kann keinen finden. Kommt der in Säcken oder in Eispaketen? Oh nein! Was ist, wenn der schmilzt? Leo, dafür nehmen wir künstlichen Schnee. Und den machen wir in diesen Maschinen hier. Wow! Zeigst du mir das, Bob? Ähm, vielleicht, wenn du die Kisten weggeräumt hast. Die Lichterketten sehen bestimmt toll aus, Wendy. Warte, das wollen wir jetzt gleich mal testen. Oh. Hey, Wendy. Ich probiere jetzt mal den Kunstschnee aus. Kannst du mir bei der Herstellung helfen? Ja, ich bin hier soweit fertig. Bob ist hier. Und die Lichterketten leuchten schon. Das ist der perfekte Moment, um ihm sein Weihnachtsgeschenk zu geben. Hör auf, Heppo. Du bringst ja alles durcheinander. Aber ich bin auf der Suche nach meinem... Heppo, aus dem Weg! Nein, ich... Oh, wo ist es? Oh, sowieso zu spät. Bob ist weg. Ich suche es später. Komm jetzt, Buddel, wir machen das fertig. Macht ihr jetzt den Schnee? Noch nicht. Erst muss die Flüssigkeit rein, dann können die Maschinen eingeschaltet werden. Und dann ist der Schnee fertig? Noch nicht ganz. Die Flüssigkeit wird aufgeschäumt, damit feine weiße Bläschen entstehen, die aneinander kleben. Und das ist dann der Kunstschnee. Alles erledigt. Wollt ihr zwei runtergehen und zusehen, wie es über dem Baum schneit? Juhu, ich glaube, ich sehe gleich Schnee. Ich denke, das heißt Ja bei Leo. Fängst du bitte mit dem Abladen an, Leo? Ja, und ich mache das sogar tanzen. Oh, du kannst das rückwärts und vorwärts. Diesen Tanz nennt man Moonwalk. Toll, den versuche ich auch. Du fährst ja nur rückwärts, Buggy. Oh, da hast du wohl recht. Bringst du mir einen anderen Tanz bei Leo? Die Bürgermeisterin hat gesagt, wenn man zählen kann, kann man auch tanzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15. Du musst im Rhythmus zählen, Buddel. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hab's verstanden. Ich auch. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh nein, das kann ich gar nicht. Aber ich wette, du kannst das hier, Heppo. Entschuldige. Juhu, ich tanze. Oh, ich glaub, ich hab die falsche Figur zum Tanzen. Ach, so ein Quatsch. Jeder tanzt, so wie er tanzen will. Es geht nur darum, wie du dich fühlst und nicht, wie du dabei aussiehst. Komm jetzt, wir laden ab. Wir legen eine Schicht Gummipolster auf diese Latten hier. Und dann kommt eine weitere Lage Latten im rechten Winkel obendrauf. Wie Vierecke? Gut, Leo. Danach wird die letzte Lage Latten wieder im rechten Winkel aufgelegt. Das ist ein Muster, wie bei einem Gitter. Aha. So, das ist 35 Meter lang. Oh, was ist denn das? Das ist eine Disco-Kugel, die kommt über die Tanzfläche. Wenn sie sich dreht, spiegeln sich die Lichter darauf wieder. Siehst du? Oh, das ist ja wunderschön. Darunter würde ich sehr gern tanzen, Wendy. Wenn wir nicht bald weitermachen, tanzt heute Abend niemand darunter. Also los. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut. Schlag ein. Wo ist Simon? Wir wollen ein Autogramm. Und wir wollen ihm unseren Tanz vorführen. Er ist nicht hier. Ist nicht schlimm. Sportis Hochhausen, auf zum Training. Oh. Mach dir nichts draus, Antrum. Ich kann auch nicht tanzen. Jeder kann tanzen, Heppo. Du musst nur deinen eigenen Stil finden. Kommt mit. Wir gucken uns die Tanzfläche an. Hier lang. Oh, Vorsicht! Meine Rakete! Oh. Oh. Hör mal, Leo. Diese Rakete ist nicht für Leute in deiner Größe gebaut. Sie ist nur für kleine Roboter gedacht. Wir holen dich da jetzt runter. Aber du darfst dich nicht bewegen. Okay? Bob, ich bin doch im Film. Ich muss mich bewegen. Leo! D-1-1-D! Hast du dir wehgetan? Es geht mir gut, glaube ich. Ist wirklich alles in Ordnung bei dir? Mir geht es gut. Aber seht euch nur die Rakete an. Das ist das Ende von D-1-1-D. Hurra! Oh, äh, Entschuldigung. Und es ist auch das Ende meines Films. Oh nein, es tut mir so leid. Besser? Ja, mir geht's gut. Ich werde nur niemals Weltraum-Roboter 3 sehen. Und sonst auch niemand. Es sei denn, es gelingt uns D-1-1-D zu reparieren. Äh, wir bauen einen ganz neuen D-1-1-D. D-1-2-D. Ich befürchte, es dauert Monate, einen neuen Roboter zu bauen und nicht nur ein paar Stunden. Was ist, wenn wir D-1-1-D zusammenflicken, ihn auf Räder stellen und über Seile bewegen? Ja, aber die Zuschauer werden die Seile sehen. Und welcher tolle Weltraum-Roboter hängt schon an Seilen. Oh. Oh, arme Sophie. Jetzt wird sie niemals ihren Weltraumhelden treffen. Hey, wartet mal. Sophie kann D-1-1-D perfekt nachmachen. Ja, und außerdem hat sie dieselbe Größe. Denkst du das Gleiche wie ich, Leo? Ich denke schon, Bob. Wendy, kannst du die Rakete reparieren und alles wieder aufbauen, während Leo und ich uns um D-1-1-D kümmern? Zusammen schaffen wir das ganz bestimmt. In diesem Fall gibt es nur noch eins zu sagen. Action! Action! Jetzt geht's los! Und Action! Schnitt! Fantastisch! Was für eine tolle Szene! Okay, Leute! Da hinten gibt's einen Happen zu essen! Freundliche kleine Kerlchen, was? Hey, Jungs! Hallo, Fischlis! Hallo, Fisch! Hallo, Fischlis! Schön, dass ihr da seid. Wartet nur, bis der neuste Bewohner des Meereszentrums hier eintrifft. Oh! Ist es ein Seepferdchen, Tina? Oder ein Buckelball? Oder vielleicht eine Riesenkrake? Nein, es ist ein weiblicher Tigerhai. Heißt das, sie ist halb Tiger und halb Hai? Nein, Buddel. Ein Tigerhai hat ein Streifenmuster auf seiner Haut. Fast wie ein Tiger. Deshalb heißt er so. Die Streifen helfen ihm, sich zu tarnen, damit er von größeren Fischen nicht entdeckt wird, wenn er noch klein ist. Werden wir noch hier sein, wenn der Hai ankommt? Du brauchst keine Angst vor dem Hai zu haben, Leo. Wer hat gesagt, dass ich Angst hab? Hilft es dir, wenn ich dir sage, dass der Tigerhai noch ein Baby ist? Ich wollte immer ein Hundebaby zum Spielen haben. Ein junger Hai ist natürlich kein Haustier, aber eins hat er mit einem Hundewelpen gemeinsam. Beide essen Fleisch. Der Hai bekommt ein schönes, großes Aquarium von uns, in dem er schwimmen kann. Und wir müssen es fertig haben, bevor er kommt und die Fütterungszeit heute Abend beginnt. Das Aquariumbecken muss aussehen wie das Meer, damit er sich wie zu Hause fühlt. Also Team, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern. Wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz auf, schlag rein. Das Haiweifchen ist im Hafen von Hochhausen angekommen. Könnt ihr sie dort abholen? Aber klar doch. Ich muss nur die richtigen Fahrzeuge dafür auswählen. Nimm mich, Bob. Ich helf dir mit dem Baby. Nimm mich, 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 mich. Pfeffo, wir brauchen dich, wenn wir den Hai hochheben. Oh, das ist aufregend. Und, Budde, du kannst sie in einem Becken in deiner Ladefläche transportieren. Oh, ich kann's nicht abwarten. Das ist wirklich der allerbeste Tag meines Lebens. Darf ich auch mit, Bob? Bitte? Tja, wenn du hier mit deiner Arbeit fertig bist. Ja. Fertig. Also gut, fahr schon los. Ja. Aber mach keinen Unsinn. Versprochen? Versprochen. Ich freue mich schon auf das neue Haustier. Es ist kein Haustier. Sehr gut, Heppo. Zieh sie schön langsam nach oben. Wie soll sie denn heißen? Wie wär's mit Kapitänin Blub? Oder Prinzessin Spitznase? Fräulein Flinke Flosse. Wow. Sie ist so streifig. Dreifig. Perfekt. Jeder ruft jetzt laut. Schlag ein. Jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern. Wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut. Schlag ein. Oh, das sieht ja perfekt aus. Und es klingt... ganz furchtbar. Oh, Leo. Was ist passiert, Leo? Naja, Buggy hat die Tasten durcheinander gebracht. Ich hab doch gesagt, ich brauch die Anleitung. Du hast gesagt, du kennst dich mit Musik aus. Das solltest du nicht sagen, wenn du keine Ahnung hast. Immerhin hab ich den Unterschied zwischen schwarzen und weißen Tasten gewusst. Halt, halt, ihr beiden. Das reicht. Soll ich meinen Ehrengast lieber ausladen, Bob? Nein, nein, das ist nicht nötig. Wir kriegen das hin, Roland. Seid ihr ganz sicher? Absolut sicher. Also, jetzt ohne Streitereien. Was ist da passiert? Ich hab etwas übertrieben, als ich Roland gesagt hab, dass ich mich gut mit Musik auskenne. Ich dachte, ich versteh mehr davon, als ich's tue. Tut mir leid, Wendy. Entschuldige, Bob. Aber wieso habt ihr nicht die Anleitung benutzt? Das Klavier sah aus wie ein großes Puzzle. Darum dachte ich, wir brauchen sie nicht. Ich hab mich echt getäuscht. Wusstet ihr nicht, dass die Tasten zwar gleich aussehen, aber unterschiedlich klingen? Jetzt wissen wir's. Jede Taste hat ihren eigenen Platz. Und da muss sie auch hin, damit es schön klingt. Kannst du die Anleitung holen, Buggy? Ja, Bob. Siehst du, unter allen Tasten sind Nummern aufgemalt. Ich hab sie. Gut gemacht, Buggy. Dann müssen wir jetzt alles so machen, wie's hier steht. Oh, Bob. Das kriegen wir diesmal hin. Ganz ehrlich. Aber zuerst sagen wir Roland Bescheid, dass wir's in Ordnung bringen. Es tut uns so leid, Herr Süß. Wir hätten die Anleitung lesen sollen. Aber jetzt machen wir's ordentlich. Dann muss ich meinem Überraschungsgast also nicht absagen? Nein. Verraten Sie uns, wer es ist? Nein, sonst ist es ja keine Überraschung mehr. Aber er wird jeden Moment hier sein, also... Schafft ihr es, mein Klavier zu reparieren? Jo, wir schaffen das! Ich muss die Schienen rechnen. Aber zuerst muss der Beton weg. Äh, Leo, sieh mal auf die Uhr! Oh, nein! Es ist drei Uhr. Bob ist schon auf der Teststrecke. Und sie fahren zu dieser Haltestelle. Aber der Zug kann doch nicht hier rüberfahren. Das Gleis muss glatt sein. Die Signale funktionieren wunderbar. Der Zug ist auch bereit. Dann können wir die Testfahrt starten. Viel Glück! Leo, was machst du denn da? Ich versuche rauszufinden, was man in so einem Notfall macht. Und wann kommt der Zug hier an? Jetzt! Dann tu endlich was, schnell! Ich kann nicht. In meinem Kopf geht alles kreuz und quer. Komm schon, Leo, konzentrier dich. Okay, zuerst muss ich den Zug stoppen. Aber wie? Magnetbahn 1, hier ist Leo. Die Strecke ist kaputt. Sofort bremsen, sofort bremsen! Warnung verstanden, klar und deutlich. Wir werden jetzt bremsen. Die Strecke ist kaputt. Es tut mir echt leid. Ich habe alle in Gefahr gebracht. Warum habe ich nicht einfach eins nach dem anderen gemacht? Am Ende hast du es hingekriegt. Und hast den Zug gerettet. Aber was wird jetzt aus dem Bahnhof und der Strecke? Wir haben doch noch etwas Zeit, bevor der Zug seine erste Fahrt macht. Also, können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das! Yo, wir schaffen das! Oh, das Geräusch mag ich nicht. Stell dich nicht so an, Buddel. Mach deine Lichter an, wenn du Angst hast. Hä? Oh! Ah! Das Ungeheuer! Ah! 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 Schnell! Alle Mann rein zu Betty! Na los! Kriegen wir jetzt alle weiße Haare? Red kein Unsinn, Anton. Und lass bitte meine Hand los. Du auch, Tim. Ich wollte nur, dass du keine Angst mehr hast, Mila. Wir bleiben lieber hier drin, bis die Ungeheuer verschwunden sind. Soll ich vielleicht deine Hand halten, Leo? Oh! Oh! War's ihr? Oh! 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 Oh nein! Wartet auf mich! Hilfe! Hilft mir bitte! Hilfe! Hilfe! Bleibt drin! Wir fahren nach Hause! Schnallt euch bitte alle an! Schnell weg von hier! Oh nein! Leo, fahr nicht weg! Lass mich nicht mit den Krabbelfiechern allein! Hä? Hallo? Was tust du denn hier? Ich bin froh, dass wir zurück sind! Ich hatte solche Angst! Du auch, Mixi? Wo ist Mixi? Ist sie nicht hinter dir? Nein, wir müssen zurück und nach ihr suchen! Das ist mir zu unheimlich! Wir müssen Bob aufwecken! Wach auf! Was ist denn? Wir haben was Dummes gemacht! Und Mixi verloren! Es tut uns echt leid, Mixi! Wir haben erst bei der Werkstatt gemerkt, dass du nicht da warst! Ist bei dir alles in Ordnung? Mir geht's gut! Aber ihm nicht! Sein Bein ist verletzt! Ich bringe ihn nachher zur Tierärztin Tina! Kannst du so lange auf ihn aufpassen? Sehr gern, Bob! Er hat auch auf mich aufgepasst und die fiesen Krabbelfiecher gefressen! Ach so! Und hier im Hafen können wir die Wasserkraft nutzen, um den Leuchtturm zu beleuchten! Unglaublich! Ja, Herr Brauer, aber... Am Ende der Seebrücke noch mehr Windkraft, damit die Cafés Strom haben! Das ist sehr interessant, aber... Und natürlich haben wir noch größere Pläne für Hochhausen selbst! Es ist nur so... Wie Sie wünschen, Herr Brauer! Herr Brauer! Bob! Diese Pläne sind toll, aber... Aber? Aber vielleicht sollten wir uns erst in Ruhe um den Windpark am Meereszentrum kümmern! Oh, ja, ich nehme an, du hast recht! Wir halten uns besser an den Plan! Philipp, zurück zum Meereszentrum, bitte! Selbstverständlich! Ganz langsam, Heppo! So, die erste Reihe wäre fertig! Und jetzt die nächste Reihe, oder? Nein, nein, wir schalten die Reihe zuerst mal an! Ich will Bob damit überraschen! Kannst du die Bremsen lösen? Okay, mal sehen, ob's funktioniert! Das sieht aber komisch aus! Oh, nein! Bob, sieh nur! Wir haben vorausgedacht! Warte einen Moment! Die stehen zu dicht nebeneinander! Oh! Oh, oh! Oh, je! Meine hübschen neuen Windräder! Ich glaube, ich sollte die Bürgermeisterin über dieses Missgeschick informieren! Oh, nein! Jetzt sind die Drehdinger hin! Buggy! Oh, Bob! Ich wollte, dass in Zukunft noch mehr Winddrehdinger hier Platz haben! Darum habe ich Heppo gebeten, die Fundamente dichter zusammenzuschieben! Das war echt keine gute Idee! Du hättest dich an den Plan halten sollen, Buggy! Ich wollte einfach, weißt du, vorausdenken! Weil Herr Brauer gesagt hat, dass wir das sollen! Es tut mir so, so leid, Bob! Also gut, das Problem ist, dass wir jetzt nur noch drei heile Windräder übrig haben! Die erzeugen nicht genug Strom für das Meereszentrum! Und die Bürgermeisterin möchte die Windanlage heute Abend einschalten! Wir brauchen einen neuen Plan, Bob! Wenn wir bloß irgendwie Strom von der Sonne kriegen könnten, anstatt nur von diesen Winddrehdingern! Äh, du meinst mit einer Solaranlage, Buggy? Oh ja, genau wie im Zoo! Das ist klasse! Ihr bringt mich da auf eine Idee! Aber wir müssen uns beeilen! Auf geht's, Team! Ja, das macht wirklich Leibhmer der sonne die Wind! Bekst die Tür zuerst! Wir können nicht mehr länger warten. Wuddel, Heppo, es hilft nichts. Ihr müsst mit dem Weg allein anfangen. Ja, ein Glück endlich. Ich gehe los und suche die anderen. Oskar, hier geblieben. Oskar, nein! Äh, Wuddel? Kuschel, Vorsicht! Ach, Bob, ähm, ich glaube, ich kann doch nicht so gut mit Tieren umgehen. Ach, weißt du, Übung macht den Meister. Könnte jetzt jemand diese Katze und diesen Hund trennen? Ich muss heute noch einen Weg anlegen. Hey, spielen Hunde nicht gern mit einem Ball? Siehst du, und schon klappt es auch mit Oskar. Ha, jetzt weiß ich, wie es geht. Okay, es bleibt nicht mehr viel Zeit, bis die Bürgermeisterin mit ihrer Katze eintrifft. Also, Freunde, packen wir es an! Ja, Bob! Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hm, das ist viel zu tief, Buggy. Ich hab doch gesagt, so tief wie drei Schulbusse schon vergessen. In dem Loch kann man eine ganze Busflotte unterbringen. Tja, mal sehen, auf was du gestoßen bist. Das sieht aus wie ein Stück Mauer. Ich glaub, wir sollten das Loch wieder auffüllen. Warte, Buddel, wenn man etwas beim Graben findet, was da nicht hingehört, muss man die Arbeit sofort stoppen. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber diese Mauer könnte sehr alt sein und außergewöhnlich. Ich rufe jetzt gleich Joscha Khan an, den Archäologen. Den Archie wie was? Den Archäologen. Das sind Leute, die uns viel über die alten Zeiten erzählen können, weil sie Sachen gefunden haben, die seit hunderten von Jahren vergraben waren. Oho. Das sind Fachleute, die alte Sachen ausgraben. Ich hab gedacht, das bin ich. Ich glaub, du hast für heute genug ausgegraben, Buggy. Ja, da gibt es keinen Zweifel. Dies ist wirklich eine der spannendsten Entdeckungen seit Jahren. Das ist außergewöhnlich. Schlechte Neuigkeiten. Hier unter der Erde liegen Überreste einer Mauer aus der Römerzeit. Von einer Festung oder einem Haus vielleicht. Oh, Römer. Was ist das? Die alten Römer lebten hier vor ungefähr 2000 Jahren. Sie waren großartige Baumeister.